Von der Suche des eigenen Wegs in digitalen Zeiten. Der Tagestipp für den 14.11. Es ist der Eröffnungsfilm der diesjährigen X-Ground Newsdays, der Jugendfilmreihe im Rahmen von X-Ground Filmfest. Love Cut. In Love Cut geht es um die großen Fragen, die einen als Heranwachsende beschäftigen. Erste Liebe, Beziehung und Sexualität. Im Fokus stehen sechs Jugendliche in Wien und drei Liebesgeschichten, die subtil ineinander verwoben sind. Die beiden Regisseurinnen haben an ihrem Langfilmdebüt das Kunststück fertiggebracht, einen Film zu schaffen, der sich ganz natürlich anfühlt und der die Lebenswelt der Jugendlichen überaus glaubhaft vermittelt. Dazu passt, dass die durchweg überzeugenden Darstellerinnen zum Teil über Streetcastings angeheuert wurden. Authentisch, berührend und absolut sehenswert. Hallo. Turn your sex tapes into cash. Ich gebe dir fünf Euro, wenn du mir den Rest des Videos zeigst. Fünf Euro? Ja. 180 Dollar? Mann, das ist nur viel Geld. Was? Schade, ist doch süß. Ja, immerhin besser ist der letzte. Ich weiß nicht, wie findest du es, wenn wir uns in echt treffen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Schon mal gemacht? Das ändert doch nichts daran, wie du als Person bist, oder? Nein, aber Leute nehmen einen einfach anders wahr. Kannst du bitte nicht die ganze Nacht wegbleiben und über deinem Nachmittag daherkommen? Luca! Hände hoch oder ich schieße. Ich glaube nicht, dass so Liebe und Beziehungen funktionieren können. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!